So, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zum Livestream der TUS Metzingen. Endlich bist du da, ich habe schon zweimal hier einen kleinen Auftritt gehabt ohne dich, war ziemlich traurig. Ja, wir müssen nochmal die Mails checken, ich glaube, das wollen die Leute haben. Laura Glaser live, deswegen brauche ich nicht mehr zu sagen, aber ich sage es trotzdem natürlich sehr gerne zu meiner Rechten heute, beim vorletzten, höchstwahrscheinlich vorletzten Livestream, beziehungsweise mal schauen, was noch passiert international. Laura Glaser. Ja, wunderschönen guten Abend nochmal, alle guten Dinge sind drei, wenn Sie von Anfang an dabei waren. Genau, auch nochmal herzliche Grüße zu Ihnen nach Hause. Dann erzähl doch mal, was hast du schon erzählt, was können wir noch sagen, damit die Leute informiert sind zu Hause? No, ich habe nur kurz von der Autopanne oder Brustpanne berichtet, vom VfL Oldenburg, die aber jetzt Gott sei Dank in der Halle sind und auch gerade sich aufwärmen. Wir sehen es ja auf dem Bildschirm und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer genau das entschieden hat, aber ich glaube alle zusammen, dass um 20 Uhr jetzt erst der Anpfiff ist. Ganz genau, also das ist auch so eine Regelung, wo man dann sagt, wenn es Probleme gibt, dann spricht man das untereinander ab, informiert die Handball-Bundesliga-Frauen und die Schiedsrichter. Das ist erfolgt, ich denke, steht nichts im Wege, 20 Uhr, Erster gegen Fünfter. Also, Spitzenspiel aus der Oeschelle. Das ist richtig, wir lachen immer noch ein bisschen. Es ist ja auch so, manche Titelblätter sagen schon, wir sind die Mega-To-Sees, aber müssen wir ein bisschen Bahnhof flach halten, oder? Ja, definitiv und auch wenn man mit den Spielerinnen spricht, sie sind fokussiert, denken wirklich von Spiel zu Spiel, aber klar, wenn man dann immer liest und gerade im Social-Media-Bereich, man steht nun mal auf Platz 1, da muss man schon öfters auch mal hingucken als Spielerin und denkt, okay, wow, wie ging das jetzt? Aber sie haben es verdient, keine Frage und jetzt müssen sie schauen, dass sie den Stiefel bis zum Ende durchspielen und dann sieht man, wo man steht. Ja, ich habe auch mal aufs Spiel geschaut, also die Mannschaft, die ist heiß und wenn man jetzt, wer im Fußball wäre, wollte man heute einen Dreier holen, aber es gibt natürlich bloß zwei Punkte, wie Sie wissen, der Handball-Bundesliga. Und schauen wir mal auf diese Situation, wie es denn momentan aussieht, also es ist wirklich die Bundesliga mit die Ängste, wir haben es auch schon gehört in ganz Europa, was aktuell passiert, zwei Minuspunkte vom ersten bis zum vierten. Und ich glaube, das Torverhältnis ist ein unentscheidender Mensch. Überhaupt nicht, ja, also das wird wirklich spannend, glaube ich, bis zu der letzten Partie, am 14. Mai wird da alles offen sein und ja, man muss halt schauen, dass man seine Punkte sammelt, wie gesagt, von Spiel zu Spiel und dann am Schluss kann schon sein, dass tatsächlich auch das Torverhältnis entscheiden könnte. Ja, und es ist halt auch so, Torverhältnisse, da schauen wir mal auf diese Skorreliste, die haben bei Bundesliga Frauen, erster Anna Lerper, aber nur noch ganz, ganz knapp, also in den letzten Spielen, was dann eher so ist, hat sie mir auf die Mannschaft verteilt. Nicht bloß auf Anna. Ganz genau. Ist Enschi Geschke. Genau, die für den VfL Oldenburg gleich auflaufen wird, richtig. Also da muss man auch schauen, aber meines Wissens 13 Spiele jetzt in Folge, Tussis gewonnen, also auch übergreifend die internationalen Spiele, dann ist es so, bester Angriff der Liga. Ja, richtig. Aber Oldenburg liegt uns nicht wirklich. Das stimmt, also haben wir uns immer schwer getan, sowohl hier in der Oeschhülle als auch jetzt das Hinspiel, da haben wir tatsächlich 38, 34 dann verloren und schon allein der Spielstand zeigt, wir haben tatsächlich nicht ein Spiel gefunden. Weil eigentlich sind wir auch über die Abwehr sehr stabil und finden dann unser Angriffsspiel und das hat halt nicht hingehauen. Da müssen wir schauen, dass wir heute auf jeden Fall, ja, noch eine Schippe drauflegen. Ja, eine Schippe drauflegen oder eine Pfanne drauflegen, ganz egal, wie Sie es möchten. Sie haben die Möglichkeit, ins Studio zu schreiben, nämlich livestream at handball-tussis.com. Also können Sie eine E-Mail schreiben, wir beantworten die Frage auch sehr, sehr gerne. Und wir hoffen natürlich nicht, dass es wie das bekannte Hornberger Schießen ausgeht. Ich hoffe, Sie wissen alle, da ging das Pulver zu früh aus. Heute hoffentlich nicht. Wir wünschen uns natürlich einen Heimsieg, weil es geht am Sonntag schon weiter gegen Brasov, Rumänien. 18 Uhr, Auswärtsspiel, EHF-Pokal, Halbfinale. Und dann am 9.04. spielen wir zu Hause. Rückspiel, EHF-Pokal, also Wahnsinnsgeschichte, Riesending. Laura, du bist selber Spielerin. Was geht es gerade in den Köpfen vor? Wir stehen unter den Top 4 der Bundesliga, wir spielen Halbfinale, sind die einzigste Mannschaft, die noch in Europa vertreten ist mit deutschen Fahnen. Wahnsinn, oder? Herrlich, ja. Also ich glaube, Sie können es gar nicht mehr erwarten, jetzt wirklich in jedes Spiel zu starten. Und dennoch muss man halt wirklich schauen, dass man wirklich Schritt für Schritt denkt. Man weiß, man hört das immer von allen Kommentatoren und Reportern. Aber es ist tatsächlich so. Und so muss man auch als Spielerin da reingehen. Aber trotzdem, ja, man weiß, was die nächsten Wochen einem bringen. Und also wenn man da keine Gänsehaut kriegt, als Spieler oder Nichtspieler, dann weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich gigantisch. Sehen Sie uns auch nach. Wir versuchen so neutral wie möglich, das natürlich wieder heute zu machen. Aber wenn es natürlich Spitz auf Knopf sein wird. Und es ist einfach ein Riesending gerade für uns, was in Metzingen passiert, die ganze Entwicklung. Auch der Vorverkauf für Tübingen ist schon wieder extrem gut. Und kaufen Sie weiter Karten, seien Sie dabei. Nochmal ein Blick zu Oldenburg. Oldenburg ist eine der drei Mannschaften, die uns, nein, der doppelnden Punktgewinn abgeluchst hat. Und heute auch so, dass Sie wirklich ein hartes Programm haben. Ja, das ist ein Spiel gegen Leipzig, gegen Thüringen, jetzt am Sonntag gegen Leverkusen. Haben Sie zur Halbzeit deutlich geführt. Ja. Am Schluss noch das Unentschieden kassiert. Beziehungsweise sogar noch mit einem sieben Meter am Schluss das Unentschieden glücklich vielleicht dann noch geholt. Meinst du jetzt auch, diese lange Busfahrt, das steckt jetzt in den Knochen und das haben die irgendwie im Kopf? Oder spielen die jetzt einfach hier befreit auch? Naja, also sie sind heute direkt aus Oldenburg angereist. Das kann nicht einfach so in einem spurlos vorbeigehen. Jetzt noch mit der Panne. Also ich weiß jetzt insgesamt, waren die bestimmt acht, neun Stunden, wenn es überhaupt reicht, unterwegs. Und dann weiß man, oh, eigentlich 19.30 Uhr Anpfiff, wir kommen zu spät. Das kann man nicht einfach ablegen. Aber so schnell wie sie eben auf dem Spielfeld waren, gehe ich davon aus, dass sie sich tatsächlich schon im Bus versucht haben zu fokussieren, sich umzuziehen und sind dann direkt hier raus. Und auch das gehört zum professionellen Handball dazu, dass man versuchen muss, das auszublenden. Aber was das angeht, haben wir da schon auch jetzt im Moment den Vorteil für uns. Tja, schauen wir mal auf den Spielberichtsbogen, den haben wir hier vorliegen. Der kam gerade rein, ist auch ein bisschen verzögert natürlich. Aber volle Kapelle bei der Twist Metzingen, wie man sieht. Und zählen wir mal durch, so viele sind es wirklich. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Spielerinnen. Ja, genau. Und davon zwei Tonlein. Genau, ja, auch vom Verletzungspech ein bisschen geprägt. Julia Wenzel ist, glaube ich, immer noch nicht dabei, die auch unheimlich wichtig ist für das Oldenburger Spiel. Aber dennoch, was natürlich super ist für die Oldenburgerinnen, ist, dass Carolin Müller wieder zurück ist. Der hat ja ihr Debüt erst wieder am Sonntag gegen Neberkuchen gefeiert. Und auch ein Tor geschossen. Genau, ist enorm wichtig einfach auch, weil gerade die Stärke für die Oldenburger ist ihr schnelles Angriffsspiel. Egal, über die zweite Welle oder über die Taktik, das ist enorm. Gerade mit Angie Geschke, was sie da aufs Parkett auch zaubern. Und dementsprechend ist natürlich mit Carolin Müller da eine tolle Verstärkung wieder an Bord. Ja, wenn man auch mal diese ganze Mannschaft anguckt, da sind alle Spielerinnen, die können das Spiel mitentscheiden. Also viele Erfahrene, viele junge Aufstrebende wie Annika Mayer, die nächstes Jahr in Buchsehudi spielen wird. Genau, ja. Aber auch eine Maike Schirmer, auch sehr, sehr gute Außen. Geht auch nach Buchse, ne? Geht auch nach Buchse, genau. Kim Birgi auch, nicht zu unterschätzen. Kelly Dulfa, wie du auch schon erwähnt hast, ist auch jemand, der eine eingeschlagen wird. Das hätte ich vor der Saison auch nicht getan. Das Ding ist noch lange nicht gegessen. Wir gehen mal kurz in die Halle und dann sehen wir uns nachher wieder. Also, seid ihr dabei, Livestream Tuss Metzingen gegen VfL Oldenburg und ab aufs Thelf. Mit einem Benzide im Gefecht kommen sie hier, wir haben. Die Tuss! 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 Und wir schicken Grüße raus an die Tussis aus Metzingen. Ihr seid Hammer, wie ihr euch bewegt auf dem Spielfeld. Hammer, was fliegt vor dem hier auf dem Spielfeld. Hammer, du bist das hier wie im HP. Hammer spielt, darum werdet ihr euch zu. Ihr seid Hammer. Der Hammer hat seine Mannschaft eh. Ihr seid Hammer. Ja, so du es willst eh. Ich bin Hammer, das sind nicht so viele Tore kriegt wie die anderen. Und dabei fair bleibt nichts mit Klammern. 30 zu 3, das ist bei euch Standard. Geht halt nicht anders. Ihr seid einfach Hammer. Handball Rattles mit Glitzer und Glamour. Hab euch nur einmal zugesehen, schon hast von mir gedämmert. Einmal Metzingen und dann nie mehr wo anders. Die Tussis, die Klammern. Ihr seid Hammer, wie ihr euch bewegt auf dem Spielfeld. Hammer, was tief vor dem hier auf dem Spielfeld. Ihr seid Hammer, du bist das hier wie im HP. Hammer spielt, darum werdet ihr zu. Ihr seid Hammer. Hammer hat seine Mannschaft eh. Ihr seid Hammer, du. Wie ihr seid Hammer. Und wir machen weiter mit dem Applaus. Einen großen Applaus für unsere Gäste, die eine wirkliche harte Anreise hinter sich haben. Hier kommt der VfL Oldenburg. Mit der Nummer 1, Julia Renner. Mit der Nummer 2, Kira Schnack. Mit der Nummer 3, Annika Meier. Der Nummer 5, Kim Birke. Der Nummer 7, Karolin Müller. Der Nummer 10, Inger Smith. Der Nummer 12, Lüse Egesport. Der 14, Kelly Rülper. Der 17, Maike Schirmer. Der 21, Angie Deschke. Und der 23, Karla Hartstadt. So wie das Trainerteam mit Chefcoach Leszek Krowitzki. Unsere Gäste aus Holenburg. Und der Fussi-Fanz zeigt es an. Aufstehen! Die Freepin-Rings! Die heute begleitet werden von den AOK-Einlaufkindern des TV Nürnberg. Und die Halle muss richtig beben. Heute. Hier in Metzingen. Mit der Nummer 1, Veli Aunga. Und mit der Nummer 2, Marlen Zau. Und mit der Nummer 1, Patrizia Stefani. Mit der Nummer 10, Anna Lörper. Und der Nummer 2, Savile Stockhaus. Und der Nummer 1, Patrizia Stefani. Und mit der Nummer 1, Tomje Leuse. Und mit der Nummer 17, Nicole Dinkel. Und der Nummer 21, Idar Großmann. Mit der Nummer 2, Marlen Weigel. Und der Nummer 25, Simia Sütz. Für die Nummer 31, Kelly Bollebrecht. Und der Nummer 54, Sally Mufelsen. Die Nummer 66, Katharina Berries. Und der Nummer 86, Bernhard Tammisch. So wie der 93, Julia Baker. Und natürlich das Trainerteam mit Chefcoach Schabach-Konkoy. Co-Trainerin Elina Roch, Co-Trainer Axel Strins. Mannschaftsarzt Dr. Bernd Roller. Ich betreue auch Patrick Wetzelt. Und eure Tschüssies Metzingen. So, dann sind noch beide Teams auf dem Feld. Und da auch wir wieder mal kurz im Studio. Wir sind Ostern verbracht. Am Karfreitag schön Fisch gegessen. Gab es auch ein bisschen Fisch im Raum, oder? Nur natürlich. Nur natürlich. Fleisch blieb ja außen vor. Im Kreise der Familie. War schön. Doch, sehr erholsam. Erholsam dann auch die nächsten Tage Kaffee, Kuchen. Klar, alles was da geht. Leider, das ist immer so der Nachteil an den Ostertagen. Aber, das Schöne ist, man hat ja auch ein bisschen Handball, was den Herrenbereich angeht. Kann man ein bisschen schauen. So Sport fällt ja nicht komplett aus. Heute sehen Sie das Topspiel, der Handball-Bundesliga-Frauen an einem Mittwochabend. Viele werden sagen, das war doch auf dem zweiten terminiert. Aber wir müssen noch mal sagen, EHF-Pokal-Spiel wurde da vorgezogen. EHF geht über DHB-Ebene und deswegen spielen wir am Sonntag in Braschow eine einmalige Geschichte. Fliegst du mit? Ne. Habe es mir lange überlegt, aber Frau und Kind. Ach so, stimmt, da war es. Einer muss die Stellung halten, muss von zuhause die Berichte, muss die Medien bedienen. Deswegen ist alles gut. Vielleicht gehe ich auch noch, ich bin noch in so einem kleinen Stammtisch drin. Dann grüße ich auch von Ihrem Stammtisch-Kanüte. Und da sind ja ganz viele Handball-Fans. Habe ich noch gar nichts mitbekommen von dem Stammtisch. Die schauen jetzt vielleicht auch alle, das muss ich auch mal loswerden. Und wir haben da auch jemanden mit dabei, das ist eine Frau von einem und die ist so ein Handball-Versteherin. Und die heißt Dagmar, deswegen sagen wir immer Dagmar Sigurdsson, ähnlich wie der Bundestrainer. Lassen wir es, Schwenke von mir wieder zueinander. Wir kommen nachher wieder zu Joas Regelkunde, ganz sicher. Wir gucken mal aufs Feld und da sehen wir auch die beiden Unparteiischen des heutigen Tages. Da müssen wir schauen, das sind Colin Hartmann und Stefan Schneider. Ich glaube, die sind diese Runde zum ersten Mal in der Öschhalle. Sagen wir jetzt auch nichts. Schauen wir mal. Hoffen wir, dass sie jetzt auch diese hitzige Stimmung hier gut überstehen. Aber man muss sagen, wir haben die letzten Spiele immer gute Referees, die das sehr gut geleitet haben. Und bei uns im Angriff, Ina Grossmann auf Außen, Tonje Löset, Anna Lörper, Bernadette Temesch, Kelly Vollebrecht auf Rechtsaußen und Julia Benke am Kreis. Genau. Nichts aufregendes? Nö. Gut, er hat jetzt öfters mit Maren mal angefangen gehabt. Aber die beiden auf Rückraum rechts sind eigentlich so die Klassiker. Genau, jetzt müssen wir schauen, dass wir auch, wenn es eine halbe Stunde verzögert ist, relativ schnell ins Spiel finden. Nach Fehlwurf von Anna Lörper. Genau, jetzt gibt es auch schon Probleme mit dem Ball. Wahrscheinlich zu harzig, weil man hier jetzt auch das Handtuch zur Hand nimmt. Es ist auch ungewöhnlich wieder für die Jahreszeit warm in der Eschhalle. Auch hier oben bei uns. Ja, ganz schön. Ja, es fehlt nur noch der Aufguss eigentlich für die Sauna. Okay. Kuschelig. Aber beschweren können wir uns nicht. Wir sehen immerhin in perfekter Qualität das Spiel hier. Das ist richtig. HD, High Definition, wie man so schön im Neudeutsch sagt. Und wir sehen noch Oldenburg. Genau, mit dem ersten Schlagwurf jetzt. Genau, das war Angie Geschke. Die hat natürlich gleich versucht, den Zeigen zu setzen. Auch einen sehr, sehr guten Wurf hat. Und 7 Meter. Ja, aber er war gut gehalten von Biene. Für die, die zum ersten Mal zuschauen, die Situation könnte man meinen, ein bisschen harmlos. Aber die Abwehr hat zu spät reagiert, ist dann durch den Kreis gelaufen, hat sich einen Vorteil geholt. Deswegen gibt es einen 7 Meter. Ganz genau. Jetzt hier Anna gegen Julia Renner. Die haben auch vorletzte Saison noch zusammen in Oldenburg gespielt. Und wer Anna kennt, oder ich durfte ja auch immer wieder das genießen, dass sie es liebt, nach der regulären Trainingszeit dann eben noch 7 Meter zu werfen. Und das hat sie bestimmt mit Julia Renner auch gemacht. Und jetzt geht es das erste Mal auf Jules Konto. War das ihre Lieblingsecke? Macht sie gerne. Genau, den rechts flach. Vom Torhüter aus spreche ich da immer in dem Moment. Wobei, meines Erachtens, Julia Renner weggeschaut hat. Also, sie hat dann schon ein bisschen geschaut, wo geht er vorbei, aber dann auf einmal ist er am Fuß gewesen. Ja. Einen guten Reflex, weißt du? So nennt man das. Einen Torhüter. Wir spielen hier hinten wieder mit einer 6-0, versuchen nur auf die Halbposition offensiv zu kommen. Ja, das ist ja Inga Smits und am Kreis haben wir Annika Meier mit der 14 Kelle Dulfer auf Halblinks und Angie Geschke mit der 21 hatten wir schon. Ja, wieder stark pariert von Dine. Ganz wichtig, weil der oben ziemlich platziert kam, ist gar nicht so einfach zu halten. Und im Gegenzug hier gleich einen schönen Schlagwurf von Tonio Lösitz. Das ist ein schwieriger Wurf. Sehr schwierig. Und den dann noch als so ein Aufsetzer platziert, aufs Tor zu kriegen, gar nicht so einfach. Ja, und dann auf außen noch mit dabei, das sind jetzt die, ja, der Nippe haben wir gleich nochmal die 5. Das ist Kim Birke und natürlich Maike Schirmer auf der anderen Seite. So spielt der VfL Oldenburg, du hast schon gesagt, mit Julia Renner mit der Nummer 1 im Tor. Da wird sich jetzt schon, Caroline Müller wird noch geschont natürlich, versieht natürlich auch ein Hammerspiel hier gleich das zweite gegen Metzing. Ja, von der Physis her wird sie es noch nicht durchhalten können. Also die OP ist gerade mal fünf Monate her und da muss man schon schauen, dass man sie... Das ist schon unglaublich, dass sie überhaupt... Ja, genau. Also das spricht klar für ihre Athletik, keine Frage, aber dennoch darf man nicht unterschätzen, was das heißt, 16 Minuten auf dem Handballfeld zu stehen. Super Schlagwurf, verdeckt von Berni jetzt. Das wird auch ein bisschen fehlen, ja. Also mir persönlich diese unberechenbaren Würfe von Bernhard Etermisch, die man nicht erahnen kann, dann haben wir auch ein schönes Ding gesehen, angetäuscht und dann Wurfende nach außen schon. Also das sind schon so Bälle, die wird man in der Oeschhalle vermissen. Definitiv, ja. Wobei es ja auch in ihrer letzten Kolumne, wir haben es ja nochmal gefragt, das so versetzige Hallenheft, sie hofft immer eine Tussis zu bleiben und Tussis zu bleiben. Und ich denke mal auch, das gilt für alle, die mal das pinke Trikot anhatten, du hattest es ja nicht an. Nee, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich dann trotzdem zum Team gehört habe. Aber wie man vielleicht unschwer erkennen kann, sind die Schiedsrichter als auch die Torhüter in einer anderen Farbe. Ah, liebe Laura, das ist super. Große Preisfrage, ne? Wer war ich? Schiedsrichter oder Torhüter? Ich glaube Torhüter und du hattest kein Froschgrün an. Oh, das könnte es sein. Ja, wir hatten Blau. Blau und, lass mich überlegen, Gelb könnte es sein. Weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du mal. Ja, auf jeden Fall, das war überragend. Schön gespielt, super. Ja, da sieht man vom Achsenzucken her, von Angie Geschke, dass sowas einfach unhaltbar ist. Wenn sie da jetzt versucht, da noch Jule festzuhalten, dann gibt es klant sieben Meter. Ja, und die Frage ist, ob das die richtige Entscheidung ist von Oldenburg, jetzt einen Schnellangriff zu suchen bei einer bestehenden Deckung. Aber gut, das... Mit so einer gut aufgelegten Biene? Bestimmt nicht, nee. Abraller. Ja, läuft halt auch alles für uns im Moment, ne? Also immer schwierig. Hat sie gut gehalten, Julia Renner, und dann kommt er aber direkt in Inas Hände zurück. Und Offside von Leszek Krovicki. Ja, das sieht man, da ist Selbstbewusstsein im Jersey von Inaa Grossmann drin. Erstes Zusammenholen des Teams. Was wird Leszek Krovicki dem Team sagen? Höchstwahrscheinlich schon in die Richtung Kräfte sparen und den effizienten Abschluss suchen, oder? Genau, dass man erstmal wirklich Kontrolle über das Spiel bekommt, gerade im Angriff, dass sie erstmal durch die Reihen durchspielen. Weil ich glaube, die rechte Seite, rechts außen, hatte noch nicht einmal einen Ball in der Hand jetzt im Angriff, ne? Wir müssen erstmal schauen, dass sie jetzt durchspielen und dann die Sicherheit zurückgewinnen, weil, klar, wie schon gesagt... Mit Angie Gesch von hinten geschossen, also schon wieder von hinten, die werden das immer wieder versuchen, weil sie natürlich die Person ist, die gerade auf der Torschützenliste ganz oben ist. Aber macht es dann den Tussis auch ein bisschen einfacher, sich auf das Angriffspiel einzustellen? Ganz klar, ja. Und wir setzen es halt gerade auch richtig gut um, das muss man auch sagen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann die Chance so nutzt und deshalb verdienen wir im Moment auch gerade mal nach 5 Minuten 4 zu 0 in der eigenen Halle. Und das muss man immer wieder in eine Relation setzen. Das ist eine Riesengeschichte. Und ich glaube trotzdem, dass gerade solche Spiele, die 3 gegen Leipzig, wo man dann auch noch dieses Ding aufholt im EAF Cup, das Hinspiel, das manifestiert sich. Das macht dann auch später Teams aus, die in schwierigen Situationen dann nochmal das kleine Päckchen draufpacken können. Ganz klar, ja. Und wenn man einfach auch mal die Entwicklung sieht, so wie du es jetzt schon sagst, auch von Antonio Loeset, ne? Die am Anfang unheimliche Schwierigkeiten hatte, ihre individuelle Stärke aufs Parkett zu bringen und jetzt da locker aufspielt nahezu, ne? Überhaupt nichts mehr verkrampft wirkt, das ist schon gigantisch. Und das ist nur ein Beispiel. Vorhin schön rausgespielt, tatsächlich jetzt mal den Ball auf Rechtsaußen und bombt schon wieder ein Tor. Deswegen habe ich dich natürlich hier als... Genau. Spielt allerdings nicht Maike Schirmer, sondern Kira Schnack auf Rechtsaußen. Vollkommen richtig. Habe ich aber vorhin auch nicht richtig gesehen, sonst... Tut uns leid. Gerade vom Hallensprecher gehört. Aber auch wichtig jetzt, egal, also Tor für Oldenburg, 1 zu 4. Ähm, ja, ich denke aber auch eine Kira Schnack ist jemand, die... Ähnlich wie der Tennis für Tore gut ist. 5 zu 1. Das ist ein starkes Ding. Auch wieder schwer zu sehen da hinten im Tor. Deshalb schlägt das auch ein. Ja, da gibt's eine Verwarnung. Du hast auch gesagt mit Tonje Loeset, auch gerade im Mittelblock, die strahlt eine ungemeine Präsenz aus. Ähm, auf ihre kühle, norwegische Art. Also schon eine gewisse Coolness. Und wenn man auch so mit ihr spricht vom Spiel... Aber ich glaube, man könnte sie anstupsten mit einer Nadel, da wird nicht viel fließen. Also es ist wirklich unglaublich, aber sehr sympathisch. Total. Passt super ins Team. Ja, wie gesagt, unter Livestream at handball-tussis.com haben Sie die Möglichkeit uns Fragen zu stellen, Ihren Kommentar abzugeben, Grüße auszurichten, kein Problem, machen wir sehr gerne. Und Biene Stockhaus wieder am Ball. Mhm, und ein super Pass ist gleich auf Ina. Leider übers Tor. Aber stark gespielt auch, ne? Sofort den Ball wieder ins Spiel gebracht und Ina ist unser Hase, sofort vorne. Ja, durch den Aussetzer ging's gut 20 Zentimeter drüber. Also, ähm, bisschen zu arg auf dem Boden. Ja, das sieht man so an der Positionsangriff, das wird auch Löschekowicki gesagt haben, erstmal ruhig aufbauen, die Kraft dann für die entscheidende Situation zu nutzen. Und tolle Abwehrleistung von Anna Lörper, die diesen Ball erahnt. Na, zweiter Aufsetzer jetzt von Ina, da muss jetzt ein bisschen an dem Wurfverhalten was ändern. Aber auch wieder in der Abwehr sehr gut gestanden, ne? Wir zwingen gerade die Oldenbürgerinnen zu einfachen Fehlern. Versuchen immer wieder in der Kleingruppe was hinzubekommen, aber es scheint schwierig zu sein gegen die wirklich kompakte Mannschaft der Tussis. Nächster Tempogegenstoß direkt von Biene, jetzt auf Kelly. Haben wir jetzt nicht genau gesehen, ne? Ob sie den nicht richtig gefangen hat oder nicht bekommen konnte. Aber dennoch gutes Mittel. Ja, jetzt geht Jule durch. Wer steht noch jemand? Ja, super Anfangsphase der Tussis. Wobei man sagen muss, dass Oldenburg wirklich noch nicht ins Spiel gefunden hat, ne? Also das ist nicht böse gemeint, aber sie scheint noch nicht richtig aus dem Bus da zu sein. Man merkt es auch an der Körperspannung ein bisschen. Aber das muss man natürlich den Gästen auch nachsehen. Also wer so eine strapaziöse Anreise hinter sich hat, das ist kein einfaches Ding. Und nichtsdestotrotz müssen sie versuchen jetzt auch nach neun Minuten langsam ins Spiel zu kommen. 6 zu 1. Jetzt ist Caroline Müller das erste Mal auf Rückraum mit dem Spiel für Angie Geschke. Kommt jetzt erstmal eine Verschnauzpause oder eine Pause um sich zu sammeln, besser gesagt. Ja, da sind wir einfach viel wacher, ne? Also das Anspiel war gut gedacht, aber wenn der Ball nicht ankommt, ist es zu wenig. Und auf der Gegenseite klappt es. Da ist gerade der Unterschied. Genau, Ina hat ihr Wurfverhalten verändert. Willst du einen Trainerschein machen in Zukunft, oder? Boah, auf gar keinen Fall. Ne. Torhüter und Trainer, das, puh, das traue ich mir nicht zu. Dann würde ich die vielleicht noch fragen, falls es nächstes Jahr nochmal Livestreams gibt, ob sie weiter machen. Ja, das ist das andere. So eine Kompetenz am Tisch hier ist wirklich ein schönes Spiel. Unglaublich, ja. Natürlich nur, wenn du mit weitermachst. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst müsste ich es mir nicht erwischen wollen. Sonst habe ich hier nicht so viel Spaß. Wenn sie sehen können, ich werde rot. Egal. Wieder ein Ballgewinn für die Trus Metzing. Und er geht schnell. Schön abgelegt noch, nachdem sie keine Kontrolle vom Ball hatte. von Ina Grossmann macht ihr Dritt und Treffer zum 8 zu 1. Wir haben es ja vorher gesagt, das Torverhältnis würde auch mitentscheidend sein. Also ganz im Ernst, nach 10 Minuten 8 zu 1 führen gegen Oldenburg hätte ich selbst nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber klar, äußere Umstände sind immer schwierig wegzustecken. Aber trotzdem müssen wir jetzt erwarten können, gerade von einer Mannschaft wie der VfL Oldenburg, dass sie jetzt schaffen, den Schalter umzulegen. Also das kann nicht Ihr Anspruch sein, dass sie jetzt den Tosi so einfach machen. Sie haben auch lange mitgehalten im DHB-Fokal-Viertelfinale gegen Thüringer HC. Nur mit drei Toren verloren. Ich glaube, das war jetzt falsch ausgeführt. Ja, wird nochmal zurückgepfiffen. Dass sie was drauf haben, das ist zweifellos beschrieben. Sie sind seit Jahren in der Spitzengruppe des deutschen Handballs. Und machen auch eine tolle Arbeit abseits des Feldes. Das kann ich selber nachvollziehen, weil ich die auch ein paar Verantwortliche kenne. Also wirklich ein vorbildlicher Verein. Auch im Thema Livestream. Und deswegen auch sehr, sehr schöne Grüße nach Oldenburg. Aber sehr aufmerksame Adria. Jetzt scheint der Ball wieder ganz schön klebrig zu sein. Der ist heiß. Ja, heiß. Haben wir früher immer gesagt, der ist heiß. Ja, aber das sieht man einfach, wie stabil die Tussis im Moment sind. Wie eiskalt sie tatsächlich diese Form gerade von Oldenburgerinnen ausnutzen. Ja, aber selbst das, was aufs Tor kommt, hat wirklich Biene richtig sicher. Stark. Ja, da steht's. Ja, das erste Tor ist von Kim Birke. Aber auch sehr souverän natürlich jetzt zum 2 zu 8. Ja. Ja, jetzt sagt Anna den nächsten Spielzug an. So wie wir es immer kennen. Als Regieführerin. Und von ihr hier mit dem nächsten Treffer. Cool, wenn wir auf so längeren Auswärtsfahrten waren. Und an so Tränen auch immer den Fahrer dann gebeten, dass er mal hupen soll, damit wir wach werden. Und das würden sich jetzt vielleicht auch die Oldenburger wünschen. So ein Wachsignal. Irgendwas initialisierendes. Jetzt spielt Angie Geschke zusammen mit Caroline Müller. Das muss man auch noch sagen. Caroline Müller vorher war eine Verletzung, die ja wirklich sehr schwerwiegend war. War sie auch eine der Topspielerinnen. Auch der Torschützen. Auch der HBF. Nächste Runde wird es dann schon schwer. Wir haben es schon gesagt. Ein paar Abgänge noch dabei, die jetzt schon feststehen. Ja. Zum Nordrivalen nach Buxtehude. Es werden bestimmt aber auch neue Verpflichtungen dazukommen. Da wird sich schon noch was tun. Müssen wir jetzt mal abwarten, was da der Transfermarkt so hergibt. Annika Meier ist Dänin. Nee, Holländerin. Holländerin? Bin ich mir ziemlich sicher. Da gehe ich davon aus, ne? Dass du das dann auch weißt. Deswegen habe ich mal diese Frage in meinen Raum gestellt. Eine junge Holländerin. Genau, war ja 94. Und wenn es mich nicht täuscht, aber da muss ich gerade noch mal kurz nachgucken. Gegen Celine? Ist es sogar, glaube ich, ne, mit Kelly damals in der Auswahl gewesen. Ja, und schönes Tor von Julia Binke abgeschlossen. Und links oben reingelegt. Vielleicht können uns ja da die Freunde aus Holland helfen. Ja, genau. Per E-Mail mal kurz uns noch mal auf den neuesten Stand bringen. Wer es weiß, darf es doch gerne mal reinschreiben. Uns da auch noch ein bisschen zu berichtigen. Wir lieben Interaktion. Genau. Wenn Ihnen die Tussis grundsätzlich auch so gefallen, gehen Sie mal auf unsere Facebook-Seite. Da sind wir jetzt bei über 3.700 Followern und Fans. Tolle Geschichte. Freuen wir uns immer. Solange wir mehr Fans bekommen, wie viele andere unter anderem. Was war das jetzt nur? Gibt es die gelbe Karte? Aber Torabwurf? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. War wohl nach der Aktion? Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe nur gesehen, dass Caroline Müller den Schlagkopf machen wollte. Der aber dann in der Abwehr hing. Weiß ich nicht. Egal. Wir haben es ja gesagt. Grundsätzlich auch im Kampf und die ersten Plätze ist das Torverhältnis. Das stehen wir momentan mit 98 Toren ganz gut da. weit vorne mit, glaube ich, 20 Treffen mehr ist dann der deutsche Meister aus Thüringen, die aktuell 111 haben. Hat sie doch nicht so weit weg, aber auch ein Spiel weniger. Leipzig mit 72 und Bietigheim mit 44. Also jedes Tor, das wir heute in die Differenz reinnehmen, tut uns um den Kampf um die europäischen Plätze gut. Toll gemacht von Ina. Spitze. Super, den Ball noch gerettet und dann auch noch zu Jule gespielt. Sehr gut. Ja und Jule Binke mit ihrem Ballmagnet in der Hand. War jetzt auch in Nationalmannschaftsspiele, Deutschen unterwegs, die Schweizerin unterwegs mit Nicole Dinkel und Tonje Nösset, die in der norwegischen B-Nationalmannschaft ihre Einsatzzeiten bekommen. Also 2 x 30 Minuten, insgesamt 5 Tore geworfen. Das muss man mal in der Relation sehen, für die, die sich nicht so auskennen im internationalen Frauenhandball. Norwegen mit die stärkste Nation, Weltmeister, Europameister. Ja, da schnuppert sie schon an den Top 7. Ja, stark gehalten von Jule jetzt. Und Kim Birke verkürzt auf 11 zu 4. Die Öschale heute wieder gut gefüllt. Ich würde sagen ausverkauft. 902 Fans heute mit dabei. Und unter anderem auch heute eine Gruppe, du hast sie vorhin begleitet, über Anna Lörper. Auf Initiative von Anna Lörper. Erzähl doch mal was drüber. Ja, Annas bester Freund ist Sven Korthum. Den kenne ich auch noch aus Leverkusener Zeiten. Der arbeitet für die Kinder-Grebs-Stiftung. Und die haben immer einen Oster-Camp über Ostern, wer hätte es gedacht, in Heidelberg. Und er ist eben da als, wie soll man sagen, Betreuer. Und hatte eben als Ausflug vorgeschlagen ein paar Jugendliche, die sind jetzt zwischen 16 und 17, aber es gibt auch Jüngere, die da an dem Camp teilnehmen, hier ja den Ausflug in die Öschwelle zu organisieren. Und das waren tatsächlich welche begeistert davon. Und jetzt sind es neun Jugendliche plus drei Betreuer, die hier waren. Dank Dreiern durften wir jetzt im Imbiss hier in Metzingen umsonst essen. Das war richtig nett. Da haben wir uns um 17 Uhr da getroffen und sind dann hier rechtzeitig zum Spiel. Und jetzt genießen sie hoffentlich wie wir auch das tolle Spiel in der Öschwelle. Ja, das ist eine tolle Sache und da engagieren wir uns sehr, sehr gerne. Vor kurzem hatten wir eine Aktion von der DKMS zusammen für die kleine Sophia, die einen Spender nicht mehr benötigt hat. Aber grundsätzlich sind wir da immer unserer Verantwortung uns auch bewusst. Und wir freuen uns, dass uns die Kinder halt hier besuchen und Jugendlichen. Ja, ist auch wichtig, dass man gerade auch im Jugendbereich was macht, weil es ist letztendlich unser Nachwuchs, auf den wir bauen müssen. Und Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Und wenn man dafür was tun kann, auch auf Seiten des Sports, dann finde ich, das ist eine schöne Sache. So ist es. Und das weiß man immer, Leistungssport war. Wie wichtig dann auch die Gesundheit ist und auch die Fitness. Und das kann leider jeden treffen. Jetzt Marlene Zapf auf rechts außen. Wechsel für Kelly Vollebrecht. Ja, auch schön, dass sie wieder dabei ist. Ja, wer Marlene Zapf kennt, diese Ungeduld, die sie dann hatte jetzt zuletzt. Das ist unerträglich. Ja. Muss man wirklich sagen. Und es mich freut, auch in ihr Gesicht dann zu sehen. Und wenn sie dann sagt, ja, okay, ich bin wieder da. Ja, stark. Ich würde mal sagen, die sind unhaltbar. Ja, verdammt schwer. Also da muss man wirklich in dem Moment schon blöd in der Ecke stehen, dass man den hält. Also, unfassbar. Torhüter, der Blöde in der Ecke stehen? Nee. Naja. Vielleicht schon. Aber jetzt werden sie ein bisschen wacher. Scheinen jetzt tatsächlich mal angekommen zu sein, hier in der Öschhülle. Ja, aber sie werden auch ein bisschen leicht. Also, leichte Dinge, aber es sind trotzdem unnötige Abspielfehler. Tatsache, aber jetzt in der Abwehr, ne, stehen sie ein bisschen kompakter. Das ist ja auch ein bisschen überrascht. Kann auch sein. Kann es sein. Also, kommt mir so ein bisschen vor, so, aber man darf Oldenburg nie abschreiben. Überhaupt nicht. Nö, würden wir auch niemals machen. Also, das ist Quark. Aber wir haben die Anfangsschwächephase gut genutzt, jetzt einfach von Oldenburg. Starkes Tor jetzt wieder. Deiner ohneette, الد CPU! Und jetzt in november! Dinschiv! 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 Ja, super Abwehrarbeit, Entschuldigung, von Tonja Löstedt jetzt wieder. Toll, wie sie da um die Kreisläuferin rumkommt. Das ist genau das, was ein Trainer auch sehen möchte. Viele Beinarbeiter hinten drin in der Abwehr. Schnelle Füße. Und jetzt wird passiv das Spiel angezeigt. Oldenburg muss zum Abschluss kommen. Es soll ja auch eine neue Regel geben, die dann sagt, sechs Ballkontakte oder sechs Pässe sind noch drin. Oder man testet es zumindest. Genau, man testet es mal aus. Hat es jetzt, glaube ich, auch erst getestet bei internationalen Vergleichen. Ganz genau, ja. Ja, also ich finde schon, dass da auch letztendlich noch eine Parametrisierung eingefügt werden sollte. Weil es ist doch zu subjektiv vom Schiedsrichter her und teilweise auch schwierig einzuschätzen. Würde nicht schaden. Aber es wird voraussichtlich sowieso, dass eine oder andere sich ändern für kommende Saison. Müssen wir mal abwarten. Aber das reicht dann nächstes Jahr noch, wenn wir darüber richten. Kim Birke. Starken Wurf. Sehr wahrscheinlich. Sechs zu dreißig. Sehr variabel. Richtig gute Außenspielerin. Auch sehr schnell. Ja. Sechs zu dreizehn aus Sicht von Oldenburg. Noch knapp in ein Minuten zu gehen. Starkes Anspiel jetzt wieder von Tonjo Lößet auf Julia Benke. Und das lässt sich in dem Fall nicht nehmen. Da ist auch ein Unterschied zu merken, dass auch im Angriffsspiel Karra Hartstock jetzt im Kreis. Und Karra Hartstock hat ja auch ihren Vertrag verlängert. Was man noch sieht, ja. Ja, schlecht jetzt abgeschlossen von Anna. Halbe Höhe. Kann sie viel, viel besser. Ja, ein bisschen konfus jetzt. Da gebe ich dir recht. Also, diese klare Körpersprache von den ersten Minuten fehlt gerade ein bisschen. Und dadurch kommt Oldenburg besser ins Spiel rein. Das malt hundertprozentige Wurfchancen. Genau. Also halbe Höhe natürlich bei einer Julia Renner, die sehr groß und sehr beweglich ist. Schlecht. Ja, da könnte es jetzt zwei Minuten geben. So ist es. Warum gegen Enzige Gelski? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es war auch tatsächlich Schritte verdächtig. Ja, aber da wird wahrscheinlich dieses Stoßen von der Seite, was Sie erahnen werden seit der letzten Europameisterschaft, wird das ja auch konsequent gepfiffen. Ja, das stimmt. Jetzt darf Berni. Bernadette Temeschan. Ja, finde ich gar nicht schlecht, weil sie jetzt doch tatsächlich die beste Werferin im Moment noch auf dem Spielfeld ist. Und auch den sich ja verwandelt. Oder? Das hat ein Treffer. Ja, passt doch. Genau. Sehr gut. 15 zu 7. Also, ja, das ist schon eine überragende Angriffsleistung, trotz der vielen Fehlwürfe. Auf jeden Fall. Freien, die man vergeben hat. Ja, da sieht man jetzt die Qualitäten von Carolin Müller. Sehr schöner Abschluss. Ja, heute sind auch viele Kinder vom Ostercamp da, was ja gerade aktuell läuft. Hier auch in der Oeschhölle. Das ist auch eine tolle Aktion, der Tusch Metzing, die zu verschiedenen Jahreszeiten immer bei den Camps veranstaltet. Und Trainer dann auch von den Bundesliga-Spielern, oder auch die vorbeischauen, die teilweise mittrainieren. Chabakonko als Trainer der Profimannschaft da mit dabei ist. Und heute dürfen sie mal große Bundesliga-Luft schnuppern. Ja, ist halt auch genial, wenn dann die Spieler auch mit in die einzelnen Einheiten integriert werden. Und man dann tatsächlich die Chance hat, auch mit seinen Vorbildern zu arbeiten. Das ist schon eine tolle Sache. Und wurde auch super angenommen, ne? Patricia Stefani jetzt mit an Bord und toll aufgepasst. Der hat wieder einen Ball rausgebitzt. Und ich mache jetzt das Spiel für Anna Lerper, die eine Pause bekommt. Ja, ich denke auch jetzt gerade, was die nächsten Wochen angeht, haben wir ein straffes Programm. Somit eine gute Geschichte, dass man da auch toll durchgeteilt hat. Super, ja. Hattest du die Lücke gesehen, ne? Stark gemacht, nächstes die Meter. Ja, das war jetzt auch nicht so hart gestoßen. Nö, vollkommen richtig. Ja, stark und das nächste Tor. Das ist ja gerade gar nicht aufgefallen. Natürlich, das fünfte von Bernhard Dezemberg. Sehr gut, sehr gut. Und wieder die gleiche Ecke wie zuvor. Bloß jetzt mit Schwung und voran war es ein Dreher. Ich kriege das ja mit, so ist das nicht. Auch wenn ich hier ab und zu mal einen Schluck trinken muss. Aber Sie glauben es gar nicht, wie warm es hier drin ist. Ja. Komm mal, vielleicht kriegt zur Halbzeit noch irgendeinen Fichtelnadel auf das. Ja, Karra, Hartstück mit einem Treffer und jetzt gibt es noch eine Bestrafung. Jawohl. Gelbe Karte. Ja, man könnte jetzt auch nach dem Spiel in Zelle, was ja auch ein sehr guter Einstand jetzt war im letzten Songabschnitt, meinen, dass diese Pause den Tussis gut getan hat. Jürgen, trotzdem ist es ja so spritzig. Ja, ich habe es auch in der Auszeit in unserem schönen Hallenheft gelesen. Da war auch nochmal ein schönes Interview drin von unserem Trainer, vom Jabba. Und er meinte auch, dass die Pause zur richtigen Zeit kam, weil man darf das Pentium nicht unterschätzen. Und vor allem konnten dann gerade auch die Spieler, die auch enorm wichtig sind fürs Team, aber nicht die gleichen Einsatzzeiten haben wie unsere ersten sieben, dass sie mal wieder individuell trainieren konnten und auch an sich arbeiten konnten. Weil klar, wenn man keine Spielchancen kriegt, kann man sich auch individuell nicht weiterhin setzen. Und dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Heute fällt mir zum ersten Mal auf, dass du Linkshänderin bist. Ja, siehst du mal. Aber ich habe immer mit rechts geworfen. Das sind immer die Schlimmsten. Echt jetzt? Wie Lothar Matthäus oder auch Max Kruse, die können beide rechts wie links, ne? Dazu sage ich jetzt mal lieber nix. Okay, und Kara Hartschok mit ihrem nächsten Treffer. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, über Annika Meyer lief mich besonders viel. Und jetzt mit Kara Hartschok ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ja, und der Ballverlust nach dem Anpfiff. Das sind Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Auch wenn man 17er führte, aber... Ja, und dann kommt auch gleich die Auszeit von Czaba Conkoy. Ja, 17 zu 11. Und es wird Zeit zu spielen mit dem Ball der AOK-Gesundheitskasse. Und ab geht's. Und weiter. Ja, gehen wir mal kurz ins Studio zu uns zweien. Auch wenn jetzt gerade die AOK-Bälle auf dem Feld sind. Es ist jetzt nur noch wenig zu spielen. Zweieinhalb Minuten in der ersten Halbzeit. 11 zu 17, Oldenburg hat ein paar Fehler genutzt von uns. Ein bisschen unnötig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder ein bisschen konzentrierter zurückkommen ins Spielfeld. Und ich finde, an der Körpersprache sieht man auch schon Unterschied zu den ersten Minuten der ersten Halbzeit. Also da müssen wir nochmal wirklich schauen, dass wir ein paar Prozente drauflegen. Ja, schauen wir mal, was die letzten zweieinhalb Minuten dann bringen. Oder was Czaba Conkoy seinem Team gesagt hat. Ja, wir haben jetzt Anpfiff und wäre schon schön, wenn man einen größeren Abstand mit in die Pause nehmen würde. Klar, wäre ja auch verdient. Auf jeden Fall. Und keine Spannung noch großartig erzeugen für die zweite Halbzeit. Was immer passieren kann, aber wenn man mal 7, 8 weg ist, das ist schon schwer, da wieder zurückzukommen. Ja, ist ein ordentliches Blaster und das hätte man ja auch nicht für möglich gehalten. Gerade gegen den VfL hier in eigener Halle. Also das ist schon ein komfortabler Vorsprung, den man, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht unnötig abbauen sollte. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, lieber noch weiter ausbauen. Jetzt ist auch Anna Lörper wieder mit auf dem Feld. Ja, war eigentlich richtig von Ton jetzt wieder, sich den Wurf zu nehmen. Jetzt stand halt die Abwehr sehr gut von Oldenburg und dementsprechend ist er im Block hängen geblieben. Stark gehalten von Biene, da warst du glaube ich noch dran, oder? Durch das, dass die Faust nach oben ging, sag ich jetzt mal ja. Ja. Also ganz im Ernst, dieser Überzieher sieht so langsam aus, aber der ist so effektiv. Brutal, ja. Das ist auch, der kann sich ganz, ganz schwer einstellen. Also wie gerade auch Kara Hartschock, die jetzt dafür eine 2-Minuten-Strafe kann sie um 7 Meter für die Tussmetzing. Das ist genau diese Sache, die Tonje Löse in den ersten Spielen noch ein bisschen gefehlt hat, diese Überzeugung und auch diesem Willen aufs Tor gehen zu wollen und zu können. Genau, jetzt gibt es 50 Meter einen Torwartwechsel. Luise Eckestorp ist jetzt drin. Und den Dritten jetzt von Berni in die Ecke, aber soll uns ja recht sein. Mal 94er-Jahrgang ist da mit dabei. Das ist auch noch eine sehr junge Torfrau. Im Vergleich zu Biene Stockhaus. Und im Vergleich zu mir. Ich sehe es ein bisschen anders. Du bist ja noch gerade im besten Torwart, Alter. Ja, genau. Aber ich bin auch nicht mehr jung, ne? Also im Gottes willen. Aber ja, diese 22, ich bin schon noch jung. Ja, aber es ist doch so, dass der Torwart an sich mit mehr Erfahrung noch mehr Klasse bekommt. Das ist richtig. Ja, Biene. Sau stark heute wieder, muss man nicht sagen. Phänomenal. Aber da hat man auch gesehen, wie schnell dann die Oldenburgerinnen auch weg sind umzuschalten. Aber das ist auch eine Stärke, die Oldenburg seit Jahren hat. Enorm, gigantisch. Was sie auch gegen Leipzig, als sie diese Niederlage einsteigen mussten, nicht umsetzen konnten. Das stimmt, ja. Ja, aber da liegt Leszek auch sehr viel Wert drauf. Und das macht ja auch den Handball so sehenswert. 18 zu 11. Noch 50 Sekunden zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Kommen wir gleich zum Fazit hier zu unserem Studio. Nach den letzten Sekunden. Gut, zumindest ein Freiwurf. Hat Marlene Zapf, Kelly Dulfo noch leicht gestört. Fuß, ja, genau. Da liegt es einem auf den Lippen. Auf jeden Fall. Also Halbzeitstand. 18 zu 11 für die TUS Metzingen. Und wir schalten kurz ins Studio hier zu uns, zu einer Halbzeitanalyse. Jetzt ein kurzer Fazit. Bevor wir sie wieder runterstiegen zu den Cheerleadern der Dancing Shoes. Laura, 18 zu 11. Hätten wir es so nicht erwartet, oder? Überhaupt nicht. Also so deutlich zur Halbzeit hätte ich nicht für möglich gehalten. Woran liegt es? Was sind die ausschlaggebenden Argumente, die die TUS Metzingen mehr hat wie der VfL Oldenburg? Wir sind super ins Spiel gestartet. Also da hat wirklich Oldenburg gar nicht sich einbringen können. Wir haben sie regelrecht überlaufen. Und dadurch haben wir einfache Tore gemacht. 4 zu 0 stand es ja zwischenzeitlich mal. Wo dann auch Leszek die erste Auszeit schon genommen hatte. Was auch richtig war, klar. Aber das war jetzt so ausschlaggebend, dass wir viel, viel besser ins Spiel gefunden haben als die Oldenburgerinnen. Das gilt es jetzt auch gerade für die zweite Halbzeit mitzunehmen. Man kann jetzt auch schlecht sagen, sieben Tore vorne. Wir ruhen uns jetzt da drauf aus. Überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Weil dann laden wir die Oldenburgerinnen noch mehr ein, zurück ins Spiel zu kommen. Deshalb müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder unsere Körpersprache verbessern. Wirklich im Angriff so weitermachen. Und wenn Biene so weiterhin hält da hinten mit ihrem Abwehrverband, dann bin ich mir sicher, dass der Abstand auch gewahrt werden kann. Und vielleicht sogar ausgebaut werden kann. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, unser Torverhältnis ist auch sehr, sehr wichtig. Sie haben es gehört. Wir freuen uns auf eine zweite Halbzeit hier. Tussmetzing, Vorfeld Lundbrück. Wir gehen runter aufs Feld. Und jetzt haben Sie Zeit, kurz auf die Toilette und kurz was zu trinken wollen. Bis gleich. Wir gehen runter aufs Feld. 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 Applaus für die erfolgreichen Cheerio, die Dancing Shoes aus Reutlingen. Ja, ein bisschen Zeit habt ihr noch, liebe Fans. Kauft ruhig noch Lose für die Tombola. Da warten auch wieder 20. Tolle Tagespreise auf euch. Alles wird natürlich nach dem Spiel verlost. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Ja, und das allerletzte Spiel ist auswärts in Bad Bildungen am 14. Mai und dann ist auch die Saison zu Ende. Just about 5. Vielen Dank. Und an dieser Stelle auch noch mal kurz der Hinweis, nach dem Spiel bitte keine Kinder mehr aufs Spielfeld lassen. Ja, da wir ja schon später angefangen haben, da wir ja schon später angefangen haben, wo es ja Mittwochabend ist, also möchte das Team schnell abbauen. Also bitte nach dem Spiel keine Kinder mehr aufs Spielfeld lassen. Und natürlich auch die Klatschplatten wieder mit nach oben nehmen und auf die oberste Stufe ablegen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und wir möchten auch heute zum Spiel Unser Oberbürgermeister Böckner will sich viele begrüßen. Schönen guten Abend. Und natürlich auch erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohle. Schön, dass Sie da sind. Und beide Teams sehen bereit für den Anwurf zur zweiten Halbzeit. 18 zu 11. Und damit geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da hören wir den Sirtaki im Hintergrund. Genau, geht los. Also tanzen soll andere. Wir berichterstatten hier. Genau. Lui, ich gebe das Mikro an dich. Ja, erstmal ganz liebe Grüße nach Oldenburg. Ich muss mich revidieren mit meiner Aussage. Annika Mayer, er ist wohl der Experte, ist keine Holländerin, sondern Dänen. Das habe ich gerade mehrmals aus der Bundesliga erfahren. Dank WhatsApp. Vielen Dank für die Info. Grüße nach Leipzig. Genau. Grüße nach Dortmund. Und Grüße nach Buxtehude. Und? Äh, Erfurt. Also, schön, dass Sie alle zuschauen. Vielen Dank, ja. Aber nobody's perfect. Und, ja. Du hast ja gesagt, wir lieben Interaktion. Deshalb, wenn mir nochmal sowas passiert, nur zu. Ich werde aber jetzt nicht mehr auf mein Handy gucken, weil sonst verliere ich vielleicht den Faden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, wir lassen es auch gern belehren. Das war jetzt die HBF-Vereinsspieler-Kunde. So kann man sagen, genau. Für Laura Glaser. Aber egal, weil wir schauen weiter Handball. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Halbzeit hat 18 zu 11. Und, ja, Oldenburg im Angriff. Sie setzen jetzt auch mit einem Doppelkreis, also mit einer 4-2-Formation. Wollen Sie wahrscheinlich die Tussis ein bisschen mehr auseinanderbringen. Ja, und vor allem auch Platz jetzt für die Rückraumspielerinnen gewinnen, ne? Ja, super Anspiel jetzt wieder auf Julia Benke. Und das ist wichtig, dass wir jetzt da wirklich nahtlos anknüpfen an die Leistung, die wir auch Anfang der ersten Halbzeit gezeigt haben. Ja, die müssen wir erstmal in dieser Höhe fangen und dann abschließen. Das ist das Tor für die Tussmetzing in der zweiten Halbzeit. Und man merkt schon ein bisschen in der Halle ein bisschen staunen, ne? Über diesen Halbzeitstand. Was sehr viele Faktoren hat. Das haben wir auch schon erzählt in den ersten 30 Minuten. Aber freuen wir uns auf ein weiteres, so faire Spiel. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist ja wirklich sehr schön, da zu mann schauen. Zweimal Pfosten. So, jetzt hätten wir sie fast nennen können, Annika Mayer. Aber ich traue mich jetzt nicht mehr, ne? Nein, tut mir leid. Liebe Grüße nochmal nach Oldenburg. Ja, auch da ist jetzt der Abreller bei uns und Marley Zapp kann da mit einem Riesenwinkel abschließen. Ja, jetzt versuchen die Oldenburgerinnen meinem Geschmack zu früh nach Lösungen im Angriffsspiel und da war die Kreisläuferin noch gar nicht richtig positioniert und Angie Gäschke wollte sie schon anspielen. Das ist schwierig, da tatsächlich dann auch den Ball zu fangen. Das ist eine ähnliche Geschichte wie die erste Halbzeit. Auch da war es so relativ viele schnelle Abschlüsse. Ja, Anna Lepp hat die Torschützliste weit angeführt, wirklich deutlich. Hat dann, hat man in den Spielen darauf dann auch nicht mehr ganz so viele Tore geworfen. Was aber ja nicht heißt, dass es schlecht sein muss, sondern man merkt jetzt gegen Ende der Runde, dass das Team stärker zusammengewachsen ist, dass es jetzt auch auf anderen Schultern verteilt ist. Und wenn wir mal auf die Statistik gucken, haben wir heute schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Torschütze in unterschiedlicher Art. Ja, ist brutal wichtig, auch für die taktischen Maßnahmen im Angriff, weil sonst wirst du von Spiel zu Spiel berechenbarer. Und wenn dann so eine Fackel zum Beispiel von Tonje Löse kommt individuell, was willst du denn da machen? Also da ist dann jede Mannschaft in dem Moment nicht davor gefeilt. Manche brechen sich da aufs Handgelenk, ne? Würde mich da jetzt vielleicht nicht rausnehmen. 21 zu 11, zehn Tore. Das will auch niemand sehen, Joa. Ah, das war jetzt klasse, rausgespielt, ne? Super. Langer Pass auf außen, schönes Tor. Erster Tor in der zweiten Halbzeit für den VfL Oldenburg. Kim Birke, ihr vierter Treffer in dieser Partie. Ja, für den Schuss Metzingen geht es jetzt weiter international nach diesem Spiel gegen Brasov, einen rumänischen Erstligisten aktuell, Tabellenplatz Nummer drei. Und das war wieder der Pfosten. Dann wieder in der Liga gegen Frischof Göppingen aus der Schale. Aber, müssen wir leider heute schon sagen, leider ohne Livestream. Das hat da leider eine Komplikation gegeben mit dem dortigen. Aber wir werden dann eventuell noch ein Spiel aus der Paul-Horn-Arena zeigen. Welches wissen wir noch nicht, müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es am 23.4. gegen den Thüringer hat sie als Kompensation. Aber da halten wir sie auf dem Laufenden. Schauen Sie rein bei sportdeutschland.tv. Und hier unser lokaler Präsenter oder der Producer, ermstal.tv. Und Dankeschön an die Bilder, an die ganze Unterstützung. Ja, die Petra sitzt hier mit bei uns drin und bringt uns Glück. 22 zu 13. Inger Smits, nachdem Katharina Bettiers zuvor noch getroffen hat. Ja, da hat sie ein paar Schritte zu viel gemacht. Ja, wurde er abgefiffen, genau. Jetzt hat Oldenburg nochmal die Chance zu verkürzen. Das machen sie auch, nutzen sie. Jetzt steht es 14, 22 aus Oldenburger Sicht. Ja, also wir können vorne einen Fehler machen, aber da müssen wir schauen, dass unser Rückzugsverhalten ein bisschen besser ist. Also da haben wir jetzt auch stark nachgelassen. Wir müssen auch wieder gewillt sein, schnell in die Abwehr zu kommen. Ja, es wird jetzt schon so eine Mischung sein, aus vielleicht ein paar Körnern noch zu schonen, wenn es geht. Was immer sehr, sehr schwierig ist natürlich, hast du vorher schon erklärt. Und natürlich auch die Tore zu erzielen, gerade für den Kampf um die ersten drei. Ja, sowas ist jetzt einfach zu harmlos. Also wir schauen über fünf Meter dem Ball zu, wie er Richtung Außendinie rollt. Aber wirklich rollert, den hätten wir sogar bekommen. Und dann schaffen wir es nicht mehr, in der Abwehr da richtig zu stehen. Ja, Annika Meier mit ihrem ersten Tor. Und wenn mich alles täuscht, weiß auch Anna Lepp, das erste Tor vorhin. Ja, ganz genau. Ganz ungewöhnlich, ne? In der zweiten Halbzeit, das erste Tor von Anna. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt stark gemacht mit der Passtäuschung. Dadurch war dann die Abwehrspielerin zu weit draußen. Und dann hat Jule wieder eine starke Sperre gestellt. Schön gespielt. Also in der Kleingruppe passt es noch ganz gut, gerade im Moment. In der Kleingruppe vielleicht kurz Joas Regelkunde oder Fachkunde. Damit meint man, wenn ein Spiel nicht über die komplette hintere Reihe gesetzt ist, sondern wenn es sich da wirklich um zwei, drei Abwehrspielerinnen, zwei, drei Angriffsspielerinnen geht, die dann in einer Kleingruppe die Spielszene für sich entscheiden. Wunderbar, ey. Bin begeistert. Ah, ich lieg's gleich. Ja, okay. Kann man wahrscheinlich noch schöner erklären, aber vom Prinzip her, glaube ich, haben Sie es verstanden. Wenn ich schreiben Sie. Livestream mit Handball-Zussis.com und Thor für die zu Smetzingen. Das war ein erste Welle Pass. Wenn du gleich weiter machen möchtest mit Joas Regelkunde. Das war die dänische Handballschule. Oh, oh, oh. War gut gekontert, ja. Ja, da sah ich mal nichts dazu, ne? Denum, Eckert und Swann. Sehr, sehr gern. 25 zu 15, 10 Toreabstand wiederhergestellt. Ja, jetzt ist auch, merkt man auch ein bisschen, auch da schleichen sich jetzt Fehler ein. Bei dem VfL Oldenburg. Ja, Patty Betty ist jetzt mit dem zweiten Treffer. Zwei Treffer bei zwei Versuchen, ist ja auch stark jetzt. Also da war auch der Wechsel jetzt gerechtfertigt, ne? Nutzt ihre Chance. Sehr gut. Stark erhalten von Biene jetzt wieder. Also auch mit ihr haben wir einen richtig starken Rückhalt heute wieder. Ja, Ehringer-Smith. Zehn gegen die Nummer zehn. Sieht man selten. Ich hoffe, sie haben genauso viel Spaß heute draußen, wie wir hier bei diesem Handballspiel. Jetzt haben wir auch einen Torhüterwechsel. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber gerade erst erkannt, weil Jule Renner jetzt auf der Bank sitzt. Das ist Marlene Zapp, wie sie lebt und lebt. Den Ball genommen, Körper täuscht und nochmal überdrehung und dann reingemacht. 27 zu 15. Es ist schön, sie wieder zu sehen, ganz ehrlich. Und sie wird uns jetzt natürlich auch in den nächsten Spielen den einen oder anderen Input noch geben können. Das eine oder andere Tore. Und auch ihre Erfahrung, die sie mit ihrem relativ jungen Alter schon hat. Was hast du jetzt schön gesagt? Mit ihrem zweiten Treffer, Annika Mayer. Werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen, die gute. Und die Nummer drei, Annika Mayer. Ich glaube, wir überlassen es dir, die nächsten Treffer der Nummer drei anzusagen. Und so schnell steht es wieder 17.27. Aus Sicht der Gäste. Dann war sie eigentlich schon durch. Ja, wenn sie da noch konsequenter zieht, kann man vielleicht dann auch noch einen 7 Meter rausholen. Ist ein bisschen zaghaft unterwegs. Ja, also wie Sie sehen, Duis Metzing im Angriff. Leider nicht erfolgreich. Wird es zum letzten Mal richtiger an der Abwehr hängen geblieben. Bei der Thermisch und der extrem schnelle Tempo-Gegenstoß der Gäste. Kim Birke. Entschuldigung, Kim Birke. Ja, muss ich gerade sagen. Aber kann auch mal dir passieren, ne? Sei dir verziehen. Sollen wir noch kurz auf die Nationalität gehen? In diesem Fall relativ. Einfach. Um Gottes Willen, ey. Da kenne ich mir jetzt keinen. Gehen wir aufs Bundesland. Lassen wir lieber, ne? Nein, Quatsch. Ein paar kenne ich dann doch noch. Der nächste schöne Schlagwurf von Tonja. Und wieder gegen die Laufrichtung der Torfrau. Und die Nummer drei. Anika Meier. Übrigens hieß es Dänen. Wusstest du das? Nein. Jetzt, wo du es sagst, Alter. Aber ich lerne sehr gerne dazu. Ah. Dänen. Dann ist sie wirklich in der Situation dänisch Dynamite. Übrigens, mein Lieblingsspieler, der muss ich gestehen, kam früher aus Dänemark. Und das war Joachim Bolzen. Das war nicht bloß, weil er so hieß wie ich. Sondern weil er eine ähnliche, kompakte Spielweise hatte. Und da hieß ja auch im Fachjargon der Traktor. Und jetzt hat es vor zwei Minuten gehen. Klar. Gestossen beim Abschluss. So ein 7 Meter. Weil der Traktor, der dann auch sehr, sehr gern so durch die Abwehr ist. Somit. Ja, Bini Stockhaus bleibt im Tor. Sehr gut geworfen. Das war nicht. Ja, ich Activate. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Dann sind wir hier. Das war nicht mehr. Das war nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Nee, ich hab nicht mehr. Ja, also Metzingen kann sich nicht weiter absetzen, schießen mal zwei, drei Tore, dann scheint es so, es geht ein bisschen mit der Luft raus, Oldenburg, kommen wir da ran, jetzt natürlich in Unterzahl, das ist ja schwer. Da merkt man auch, dass die Abwehr der Oldenburg-Gänge jetzt da fokussiert ist und sie natürlich jetzt auch ein bisschen Motivation mitnehmen von den letzten paar Minuten hier in der Schale. Jetzt auf rechts außen haben wir Alexandra Kubasta mit an Bord, mit der Nummer 8, sehen Sie sie oben am Bildrand. Dafür Marlene Zapf jetzt im Rückraum, ist wahrscheinlich auch dieser Unterzahl geschuldet. Ja, das ist so ein typischer Move, den sie einfach kann. Das ist ganz, ganz schwierig da als Abwehrspielerin, genau. Ja, super. Ja, und links außen Julia Benke. Geht auch, kann man mal machen. Auch wenn ihre Flugphase im Vergleich zu einer Ina Grossmann ein bisschen geringer ausfällt, aber nicht weniger effektiv. Wollte ich gerade sagen, das zählt, die Tore zählen und sie hat den großen Winkel, hat da gesehen, dass die Torhülerin sofort mitgeht auf die lange Ecke und dann konnte sie schön kurz reinzimmern. Perfekt. Reinzimmern. Ja, da war ein bisschen Glück, war noch an der Latte. Und da ist die Jule schon wieder vorne. Stark 30 zu 20. 30 Tore in 44 Minuten gegen den VfL. Das ist schon eine starke Angriffsleistung. Ja, und da geht es wohl gerade so weiter. Ja, den nächsten Treffer. Das ist ein Hattrick innerhalb kürzester Zeit. Ja, aber wenn man jetzt schon sieht, wie Angie Getschke zurück zum Anpfiffpunkt läuft, das ist einfach zu wenig. Zum weltbekannten Anpfiffpunkt, jawohl, Laura, da läuft sie hin, zur Mittellinie. Ja, genau. Oder zur Anwurflinie. Ah ja, könnte man auch sagen, gell. Wenn Sie den richtigen Begriff wissen, dann schreiben Sie es uns heute rein. Oh je, oh je. Entschuldigen Sie, diese Wärme hier drin, das ist unglaublich. Mittwoch und so warm hier drin, aber immer die faulen Ausreden. Die arbeitenden hier. Genau. Oh, jetzt mal ins Kotzeck, das war mal eine Variation. Von Kira. Heute waren auch die Einlaufkits von TV-Wörter mit dabei. Heimatverein von Marlene Zapf dürfte zusätzlich noch die Motivation sein. Für Marlene. Ja, es ist Julia Benke im Alleingang. Ja, auch sie ist ja in der Scorer-Statistik gut mit an Bord. Schauen wir doch mal ganz kurz. Derzeit auf Platz 12. Jetzt mit ihrem Tor durch die Nummer 3 des VfL Oldenburg. Oh, Annika Meier. Richtig. Ja, schauen wir mal rein auf Platz 12. Aktuell mit 90 Treffern, jetzt schon 10. Das heißt, sie wird auf jeden Fall auf Platz 8 steigen. Hat noch die Möglichkeit auf 7. Gordana Mitrovic heute zu überholen. Ja, die anderen spielen ja auch am Wochenende, wird es sich dann zeigen. Am Wochenende, das ist richtig. Aber nicht heute. Das stimmt wohl. Somit haben wir da natürlich ein Spieltag jetzt hier vorgezogen. Das wirkt schon ein bisschen fahrig. 32, 22. Noch 14 Minuten zu spielen. Super. Drittes Tor jetzt von Kati. Die macht ja auch schön. Die sind wirklich schön an der Hüfte vorbei. Ja, und sie springt ab, wartet lange. Macht's ja echt super. Tja, liebe Fans draußen, vielleicht noch ein paar Partner und Sponsoren draußen, die sagen, wir haben Interesse mal zukünftig was am Livestream zu präsenten oder sich zu zeigen, dann kommen Sie auf uns zu. Schreiben Sie auch einfach ein E-Mail an live-straded-handball-tusis.com. Wir haben da ein paar Möglichkeiten. Und wenn es Ihnen gefällt, das Konzept, das Format Etus Metzing, freuen wir uns immer gerne auf den einen oder anderen Partner, den wir hier präsentieren können. Und vielleicht ist ja auch eine dänische Firma wieder dabei. Ja, Wendy Oba ist jetzt im Tor, um mal wieder zurück zum Spiel zu kommen. Sehr wahrscheinlich. Verehrter Kollege. Schade. Wenn die Oberde in der Zelle angefangen hat, kann man heute jetzt... Tja. Hinschigeschke. 23 zu 33. Jetzt auch Nicole Dinkel auf halb links mit dabei. Ja, Sie werden sich wundern, wo Maren Weigl jetzt noch nicht gespielt hat momentan. Die ist ein bisschen angeschlagen gewesen, erkältungstechnisch. Hat auch in der Zelle nicht mitgespielt. Und ja, da wird man jetzt auch kein Risiko eingehen wollen, weil, ja, das ist für einen Leistungssportler kein Spaß und, äh, sieben Meter für die TUS Metzingen. Jetzt auch Celine McKielsen mit dabei. Ja, die nimmt sich die Kugel und wirft. Wie im Zelle auch schon. Kurz und schmerzlos. 34 zu 23. Wahnsinnsergebnis, ja. Celine McKielsen, äh, Kreisläuferin aus Holland. Jetzt das Pendant zu Annika Mayer. Auch, äh, schon, äh, Einsätze gehabt in der Junioren-Nationalmannschaft in früheren Zeiten. Und vertrete Julia Binke, die eine Pause bekommt. Ja, und sich da auch wirklich den Ball erläuft. Ah, schade. Ah, schön. Kathi war auch noch mit vorne, haben wir gar nicht auf dem Bild sehen können. Ging an Patty vorbei, aber Kathi hat sich gefreut und nutzte auch wieder erneut ihre Chance. Liebe Jugendspieler und Amateure, da lohnt es sich mitzulaufen beim Timbo-Gegenstoß. Ganz genau, ja. Richtig, sie hätte auch unterwegs stehen bleiben können, aber läuft tatsächlich auf ihrer Bahn durch. Was sich dann auch ausgezahlt hat. Ja, jetzt sieht man auch klar an der Körpersprache der Oldenburgerinnen, dass sie da sich nicht viel ausrechnen, heute noch ein Pünktchen oder sogar zwei mit nach Hause zu nehmen. Und vielleicht hören sie jetzt auch den Chorgesang unserer super Fanbase. Die singen hier schon, oh wie ist das schön, wo noch zehn Minuten Spielzeit sind. Also wirklich auch das Umfeld ist begeistert davon, was läuft. Das ist das Handballpublikum in Metzingen, wo man wirklich sagen muss, eigentlich weitestgehend sehr, sehr fair und auch handballverständlich. Ja, was auch unheimlich wichtig ist, ne. Also Sie sehen Team Time Out für unsere Gäste aus Oldenburg. Und Sie haben die Möglichkeit, schreiben Sie uns doch an Livestream at handball-tussis.com und wenn ich meinen Finger wegmache, sind Sie es noch besser. Ja, schreiben Sie uns doch, haben Sie Fragen an unsere alt-internationale hier, wo es um vielleicht die ein oder andere internationale Frage geht. Schreiben Sie sie rein. Man kann auch immer noch weitermachen, ne. Ja, entschuldigung, ich bin sehr, sehr froh, dass Laura das macht. Und ich glaube, Sie haben Spaß draußen. Wird nicht alles so bierernst hier gegessen. Und Handball ist einfach ein geiler Sport. Deswegen schaltet man wieder runter, ha? Ja. Ja. Ja, besser wie die alte Matschscheibe hier ist. Aber steht 36 zu 24, 12 Tore Vorsprung, 10 Minuten vor Ende der Partie. Ja, jetzt sieht man mal das Publikum auch, ne, wie sie da wirklich euphorisch mitklatschen. Und jeder feiert auch, was die Mädels hier aufs Parkett bringen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich muss mich an meine erste Saison hier erinnern. Das war die Erstligasaison, wo wir am Schluss dann hier mit Frankfurt dieses Weltklasse-Spiel gemacht hast. Und da muss ich auch an meine Gänsehaut denken. Es war unglaublich, wie die Oesch-Halle elektrisiert war. Wäre schön, wenn wir da in Zukunft die Möglichkeit hätten, eine größere Halle noch zu bekommen. Aber ich glaube, die Vorzeichen sind gar nicht so schlecht, dass sich da was tut. Und wir halten Sie da auf dem Laufenden. Oder schauen Sie vorbei auf unseren vereinsinternen Medien, handball-tussis.com oder der Facebook-Seite. Wir freuen uns immer unter Ihre Unterstützung. Und freuen uns auch darüber, dass Frauenhandball weiter, weiter hier in Deutschland Beachtung findet. Jetzt haben wir tatsächlich Maren auch auf dem Feld. Der Rückraumrechtssitz aufgetaucht ist, schon vor der Auszeit. Ja, das war jetzt, ich sage mal, alles bis auf Stürmerfall. Da war noch eine Bewegung, aber die beiden Schiedsrichter pfeifen. Haben wir schon wieder den Ball. Ja, Czaba Konkoy und Co-Trainerin Edina Rött gehen mit zum Team mal einen kleinen Umbruch. Und dass wir die anderen Spielerinnen auch anzugen, finde ich sehr, sehr gut. Denn gerade jetzt in den nächsten Spielen wird es darauf ankommen, dass das gesamte Team das Optimum abruft. Ja, wir brauchen wirklich jeden. Also alle. Vom Trainerstab, über den Betreuer, Physiotherapeuten. Alle sitzen mit im Boot und nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann man tatsächlich auch so eine Saison auf so einem hohen Niveau absolvieren. Und deshalb ist es jetzt genau richtig, was Czaba macht, dass er tatsächlich allen Spielanteile gibt, dass die auch ihr Selbstbewusstsein ein bisschen aufpolieren können und man dann auch als geschlossenes Team am Freitag die Anreise nach Rumänien starten kann. Und klar geht man dann auch ein, dass mehr Fehler passieren, weil gerade die Konstellation auch im Training wenig Zeit hat, gemeinsam zu trainieren. Aber das Risiko muss man einfach auch mal wagen und eingehen. Wäre jetzt Quatsch, das sofort zurückzuwechseln, wenn der eine oder andere Fehler passiert. Und gerade auch bei dem Spielstand. Jetzt haben wir Gegenstoßtor durch die Nummer 10, Inger Smits. Zum 26 zu 36. Dann der Apfel hängen geblieben. Stark jetzt, nächste Parade. Das sehen wir auch, Jaspina Jankovic. Genau, die da mitjubelt. Gold in die Schuhe, siehst du richtig? Ja, hat's ja an. Kann man mal tragen, ne? Bist du auch noch Mode-Experte? Ja, ne. Ne? Komplett raus. Okay. Übergebe ich gerne die Fehler an dich. Ach. Ich zieh an, was man mir hinlegt. Dafür bist du ganz gut gekleidet. Also, liebe Grüße an deine Frau. Macht's dir gut. Und ich geh gern bei uns in der Outlet City mal shoppen. Ah ja, auch ganz gut. Ja, ein schönes Ding jetzt von Maren. Ja, das ist der Abwehr passiv geblieben. Und es hat Maren Weiken schön gesehen und genutzt. Zum 37 zu 26. Klarer Hartstock gegenseitig, Tor für Oldenburg. Tor für Oldenburg. Nachdem auf 233, klarer Hartstock. Ja, jetzt ist wichtig, dass Paddy wieder einen Spielzug ansackt. Hat's ja auch gerade eben gemacht. Und dass man dann wirklich den Ball wieder ins Laufen bringt und eine klare Torschuss versucht, sich zu erarbeiten. Oh, der war abgefälscht. Ja, der zweite hintereinander, der im Block landet. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir eine andere Lösung finden. Oh ja, wir kommen noch eine Mail rein von René Kloh. So, it's written in English, so I will answer short in English. So, René, it's all right. We are wrong, I'm sorry. Annika May was not in the Netherlands. She's Danish, so we said it a few minutes ago. So, we're sorry, but it doesn't matter because it's the HBF today and she's playing very well. So, sie haben's gesehen. Wir werden auch europaweit geschaut. Unglaublich. Und das freut uns natürlich sehr, sehr. Ja, da kommt auch eine Frage von Ron aus Holland rein. Schauen wir kurz aufs Feld. Genau. Ah, leider abgefangen, dieser Ball. Ja, nächster Gegenstoß. Ja, das sind jetzt zu viele einfache Fehler, die wir jetzt versuchen müssen, wieder abzuschalten. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Das ist schon richtig. Und es pendelt sich so gerade bei zehn Toren ein. Wie gesagt, Ron aus Holland stellt die Frage jetzt auch, wo er die JJ gesehen hat, Jasmini Jankovic im Hintergrund. Wann kann sie wieder spielen? Wir wissen es nicht. Also da wollen wir uns jetzt auch keinen Termin festlegen. Wir wissen, die Reha verläuft sehr, sehr gut. Und sie trainiert täglich sehr, sehr viel und fleißig. Und meines Wissens sind die Herze auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Genauso wie die medizinische Abteilung in Metzingen. Also wir sind guter Dinge, dass er sie bald wieder auf dem Feld sehen wird. Aber keine Termine. Da geben wir ihr die nötige Zeit, um dann einfach wieder fit da zu sein. Jetzt hat es doch noch geklappt mit dem Rückraumwurf von Nicole Dinkel. Jetzt spielen die Oldenburgerinnen viel über den Kreis und tatsächlich auch effektiv, entweder mit Tor oder eben hier jetzt mit dem Siebenmeter. Das sind zwei komplett unterschiedliche Gleichspielerinnen. Ja. Ähnlich wie bei uns. Aber Cara Hartschok eher die große Durchsetzungswerke und Annika Mayer dann eher die etwas kleinere, quirligere. Eih. War knapp. Schade, ja. Das mögen Torfrauen nicht. Nee, das stimmt, ja. Am Kopf vorbei ist immer ein bisschen fies, aber wenn man so genau und präzise werfen kann wie Angie Geschke, ist das halt auch eine schöne Wurfvariation. Ja. Ja, das muss man pfeifen. Da geht sie klar gegen die Abwehr. Ja, die erste Bewegung ist sehr, sehr gut. Und dann... Ja, jetzt merkt man, der Mittelblock hat wahrscheinlich so noch nie wirklich trainiert und diesbezüglich fallen jetzt auch viele Tore. Ja, 30 zu 39, ja. Inger Smets mit diesem Treffer. Ja, wenn man bedenkt, 18-11 der Halbzeitstand, da haben wir jetzt schon in der zweiten Halbzeit viel mehr Tore hinten bekommen. Das ist richtig. Und wer sich als Hinspieler in der Klasse 38, 34 war auch schon eine sehr torreiche Partie. Ganz genau, ja. So, wer darf denn Versuch zum 40. Tor nehmen? Celine McKielsen. Ja, sie nimmt sich auf jeden Fall wieder zielstrebig den Ball. Kostet halt, ne? Wenn sie den jetzt macht. Ja, okay. Na, ich glaube, 40. Treffer kostet in jedem Team, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn nicht, dann muss tatsächlich mal die Mannschaftskasse aufpoliert werden. Oder der Strafenkatalog, genau, ergänzt werden. Da habe ich sie, glaube ich, auf erster Zeit noch gern. Ja, auf jeden Fall. Also es ist besser, wie rot, eine Karte wegen Motzen. Ja, will ich auch mal sagen. Ist wahrscheinlich auch teurer. Hoffentlich. Gehört sich auch nicht. Ja, ist doch der, da zeigt sich auch diese Tendenz vor dem Spielbester Angriff der Liga heute wieder. Mit über 40 Toren. Oioioi, ärgerlich. Und dann geht halt auch noch so ein Ding rein. Das ist immer ganz bitter. Da fühle ich dann immer direkt mit der Torhüterin mit. Sowas tut weh. Aber wenn der so zurückkommt vom Pfosten, kann man eben nicht halten. Ja, aber die Halle stimmt wieder oben. Wie ist da schön ein? Und da sind wirklich alle rundum sehr zufrieden. Jetzt gibt es nochmal einen 7 Meter für die Tussis. Ja, und Selimi Kelsen mal. Also hier wird noch 7-Meter-Werferin hier bei Verschmetzing. Aber ist auch gut zu wissen, eine 3D-Option zu haben. Ganz klar. Unheimlich wichtig, ne? Und jetzt steht auch die Bank und klatscht schon. Also einfach. Genießen wir einfach nochmal die letzten 10 Sekunden. Herrlich. 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 Und da. Genau. Der Schade-Spieler ist Tuss-Metzingen VfL Oldenburg 41 zu 31. Wir gehen kurz ins Studio. Machen ein kurzes Fazit. Dann gehen wir runter aus Feld und genießen diese Impressionen. Ja, liebe Fans draußen 41 zu 31 ist es jetzt nun ausgegangen und woran langs denn? Also ich glaube, die Anfangsphase war ausschlaggebend jetzt auch für den hohen Erfolg, weil Oldenburg hat versucht, sich nochmal ins Spiel zurückzukämpfen, hat aber dann gesehen, dass hier nicht wirklich was zu holen ist und dann irgendwann fängt man doch an zu resignieren. Also ich kenne es selber, man kann da so viel sich versuchen anzusporen innerlich, aber irgendwann merkt man einfach, okay, wenn ich 100 Mal gegen die Wand laufe, wird es irgendwann schwierig, das ein 101 Mal zu tun und dann lasse ich ein bisschen nach und das hat man auch gesehen. Die Oldenburgerinnen haben nachgelassen, dadurch konnten viel wechseln und trotzdem, dass wir viele Fehler gemacht haben, haben wir jetzt tatsächlich mit zehn Toren gewonnen und das ist super. Das ist eine gute Leistung, eine sehr gute Leistung sogar und da blicken wir noch ganz kurz auf das Spiel in Braschhoff und auf die zwei wichtigen Europapokalspiele. Haben wir eine Chance gegen Braschhoff? Wie ist deine Einschätzung? Ich kenne die Mannschaft gar nicht, ich habe jetzt schon mit ein paar Spielerinnen gesprochen, also ich glaube, die Chance liegt 50-50, es wird wirklich ausschlaggebend sein, wie wir uns da präsentieren und mit was für einem Endspielstand wir dann zurückkommen und dann ist in Tübingen, denke ich, alles möglich. Also, Sie haben es gehört, Tübingen ist alles möglich. Kommen Sie vorbei, wenn Ihnen der Livestream gefallen hat, dann unterstützen Sie uns, dann schauen Sie nächstes Mal wieder rein und wenn wir uns sehen, informieren Sie sich über unsere Medien und wir gehen aufs Feld. Wir sagen noch einmal ein letztes Stück, unser Herz schlägt Pink! Tschau! Tschüss, Lein! Tschau! ! Vielen Dank. 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 Natürlich mit den Fans im Rücken läuft das noch ein bisschen einfacher und ja, so wollen wir weitermachen. Ja und die ganz großen Spiele, die Wochen der Wahrheit, die kommen ja jetzt zum Saisonende. Wie ist denn so gerade die Stimmung bei euch in der Mannschaft, so intern, so Platz 1, seit ein paar Wochen schon weiterhin verteidigt, Europapokal im Halbfinale, das auch alles möglich. Wie ist so die Stimmung bei euch? Ja, also ich glaube, allen ist bewusst, was wir reißen können, aber auch wie schnell es passieren kann mit einer Niederlage, wie weit man nach hinten rutscht. Also ich denke, ja, wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel. Jetzt war der Fokus auf Oldenburg, am Sonntag spielen wir EHF und wollen dann natürlich auch schauen, was wir dort noch holen können. Und ja, ich denke, das ist einfach der richtige Weg und keiner ist abgehoben und ja, das ist auch wichtig. Also ihr seid gut drauf, ihr seid heiß drauf. Alles Gute, vor allem erstmal im Braschow und heute feiert das mal schön. Unsere Spielerin des Tages, Julia Benke.